Miau, willkommen zurück zu Scribblenauts Unlimited. Here we go. Mal gucken, was war denn eigentlich der kleinere Splitter, der noch... Ach, der da. Ah ja. Erstmal die zwei anderen Aufgaben. So, moin. Komm näher her. Noch näher. Wie nah denn noch? Zellengenossen, gib jedem Gefangenen etwas, das ihn an Zuhause erinnert. Sehr gerne. Also mit Hüten haben wir es hier nicht so, ne? Jeder braucht einen Zellengenossen, mit dem es seine Gemeinsamkeit gibt. Der Footballspieler muss das Zimmer mit jemandem teilen, der mit Sport zu tun hat. Aber ob er den so gut findet, weiß ich nicht. Da hast du jetzt aber viele Leute in deiner Zelle. Ich weiß nicht, ob das so gestattet ist. Der Halbling wurde während einer wichtigen Mission gefangen genommen. Gib dem Halbling ein Mitglied der ihrer Abenteuerlustigen Gruppe. Äh. Hm. Easy peasy. Dem Saxophonspieler fehlt das Musizieren mit anderen. Er schaffe jemanden, der in die Band einsteigt. Hm. Hm. Ihr habt jetzt eine komische Musikrichtung-Mix-Band. Der Schauspielerin fehlen die Textproben mit anderen Memen. Er schaffe jemanden aus der Filmindustrie, mit dem sie proben kann. Hm. Hm. Ja. Proben. Deswegen ist er jetzt gerade. Ja, egal. Der Wissenschaftler braucht jemanden, mit dem er Ideen austauschen kann. Gib ihm ein anderes Mitglied der Wissenschaftsgemeinde. Ein anderes Mitglied der Wissenschaftsgemeinde. Ich hätte jetzt wieder lauter Eignen am Kopf. Hm. Hm. Ich finde es schön, dass Ribble Nords in den Leuten, die man so erschafft, einfach abwechselt zwischen Männlein und Weiblein. Das haben wir irgendwann letzte Woche, glaube ich, gesehen. Da habe ich zweimal das gleiche eingegeben und einmal war es Männlein, einmal war es Weiblein. Das finde ich ganz schön. Da muss man selbst nicht drauf achten. Der Cosplayer ist ein Riesenfan von Videospielen und Anime. Er schaffe jemanden aus der Nerdkultur, mit dem er reden kann. Ich bin so traurig, dass ich dieses Jahr nicht auf die Leipziger Buchmesse kann, weil ich in London bin. Und da ist es richtig toll. Auch, also ich mache zwar keinen Cosplayer, aber ich fand es total klasse, so viele Leute zu sehen, die das machen mit auch richtig geilen Kostümen teilweise. Warum ist mein Hals gerade so belegt? Ja, schade. Leipzig war schon sehr cool. Ich glaube, da kommt London nicht ran. Frankfurt kommt da leider auch nicht ran, obwohl es viel näher für mich ist. Naja, egal. So, du bist Cosplayer. Funktioniert das Wort? Er wollte ja einfach nur jemanden aus der Nerdding. Ich schätze, für das Spiel geht das. Ja, dachte ich mir schon. Ihr habt jetzt ein cooles Zimmer, da könnte ich es auch raushalten. Gut, eins weiter oben ist noch was bei dieser Schaufel. Oh Gott, da geht es bestimmt um Ausbruch oder so. Was ist mit meiner Stimme los? Hilf Maxwell aus dem Gefängnis auszubrechen. I knew it. So. Maxwell muss aus dem Gefängnis fliegen. Gib dem müden Wächter einen Platz zum Hinsetzen und er kann womöglich das Tor entriegeln. Schade. Sofe. Ne Katze, du bist so dumm. Sieht jetzt nicht so bequem aus, wie ich mir erhofft hatte, aber wenn er damit einschläft, soll es mir recht sein. Die Wache hat die Tür aufgeschlossen. Jetzt steht ein Geist im Weg. Warum hat die Wache die Tür aufgeschlossen? Ohne körperliche Präsenz kann er die Tür nicht öffnen. Kann ich das Bild bitte anders sehen? Ich zähle den Fall nicht, um runterzukommen. Hoffentlich liegt der StarRide am Ende hier oben und nicht da unten. Geht denn dieses Wort allgemein ein Helfer? Nein. Ein Henker, ja, das wollen wir ja nicht haben. Warum ist der jetzt ein grüner fliegender Geist? Okay. Egal, muss ich nicht verstehen. Der Geist hat die Tür aufgekriegt. Oh, ich hasse halt das Wort kriegen. Jetzt hat ein Gefangener Lust auf ein herzhaftes Essen. Gib ihm etwas Sättigendes. Was ist denn Sättigendes? Wahrscheinlich nicht sowas. Ah. Habe ich wieder falsch geschrieben? Nicht? Hm. Na also, im Festmahl wäre bestimmt mehr drin gewesen. Oh ja, moine, haut einfach die Eisentür kaputt mit seinen bloßen Händen. Der Gefangene hat die Tür zerstört. Dein Betrüger hilft nackst du durch die nächste Tür. Aber er braucht eine Verkleidung, um die Kamera zu täuschen. Schleuzer inklusive, so muss das sein. Die ist doch eh kaputt, oder? Die Arbeit am Sicherheitssystem ist einsam. Der Programmierer ist schon zu lange hier und vermisst sein Haustier gegen den besten Freund des Menschen. Ja, er wollte jetzt den Hund, allerdings wäre eine Katze viel cooler. Muss ich schon sagen. Wenn man schon solche klaren Begriffe bekommt, ne? Vom Sprachgebrauch. Ja, da unten. Ich seh doch gar nicht. Ich kann da gar nicht hin, Idioten. Ah, jetzt ist... Ah, jetzt seh ich auch den Pfeil. Das ist schön. So ein bisschen Luft, dass man immer den ganzen Weg da hinlaufen soll. Aber erst, was soll's. Wir sind gut zu Fuß. Lüpp. Schön. Also, dann haben wir hier nur die eine Aufgabe noch, die ich nicht checke. Für so ganz und gar nicht. Das macht aber nichts, weil wir haben jetzt ja noch viele andere Welten. Die beiden... Ah, ich bin mal gespannt, was ihr da schreibt und ob was davon funktioniert. Ehrlich gesagt, möchte ich gerne wieder hin. Oder will ich zum Piratenschiff? Ja, wir gehen... Ah, ja. Wir gehen zum Piratenschiff. Wir kommen in der listige Doppelpunkt. Ich fand's immer ganz lustig, seine Facebook-Seite auf Piratensprache umzustellen, aber so vieles war dann doch eher schlecht zu lesen. Hoppala. Was ist denn da im Wasser? Achso. So Muscheln, die sich da dran setzen, oder was? Aber generell ist hier unten, glaube ich... Oh, oh. Oh, oh. Hörst du mal auf? Nein! Ah! Ah! Ist er jetzt friedlich? Hat eine Weile gedauert, oder was? So einmal angreifen muss schon sein. Cool. Ah, die will bestimmt jemand. Sie leuchtet mal noch nicht, aber nehmen wir sie halt mal mit. Findet sich bestimmt noch Gelegenheit dafür. Na gut, dann... Rauf aufs Schiff! Ahoi! Ich brauche ein Werkzeug meiner Zunft um diesen Streit endlich. Was ist denn genau im Moment? Ich lese immer nicht, wer es ist. Ein Ninja. Ich hätte dir jetzt ein Samurai-Schwert gegeben. Oder der Pirat. Eigentlich... Ah, nein! Das ist ein Ninja viel cooler. Da. Nimm. Ja, funktioniert. Aber auch nur, wenn du von hinten angreifst. Das ist not what she said. Hoppala. Moin. Achso, du willst gar nichts. Gib mir etwas, aus dem ich ein Holzbein herstellen kann. Und auf wann wie groß dein Bein sein soll? Ja, das reicht doch. Und schon kannst du tanzen. So ist das. Grüner Conquistador. Gib mir etwas zu essen, das Skorbut verhindert. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Wie komme ich denn da hoch? Ja. Jetzt geht die Munition aus. Hören wir etwas in die Kanone. Wen werfen wir denn da rein? Erstmal strecken. Da. Den könnt ihr wegschießen. Puff! Das wäre sowieso eine gute Regelung, finde ich. Um den Skorbut-Mensch können wir uns später machen. Oh, eine Ente. Ente, 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 Ente. Ente die Ente. Mega Entenmann. Geht wer etwas zum Wischen des Decks? Ah. Ah, er nimmt doch selbst. Was hast du denn mit der Ente vor? Warum ist die Ente jetzt traurig? Die ist kein Schmutzmensch. Ah, fehlendere Internet-Piraterie. Was wollte ich denn spielen? Oh, so ein bisschen was von anderen. Oh, oh. Oh, oh. Ey. Nein. Ich glaub, du spinnst. Okay, was ist jetzt los? Was ist mit der Ente? Gar nichts anscheinend. Was ist denn da eine Internet-Piraterie? Ach so. Der will Piraterie betreiben. Sehe ich das richtig? Ist richtig. Ich wollte ihn eigentlich erschießen. Das ist meine. Finger weg. Ich glaub, du spinnst. Alles meins. Moin. Stahltür. Mach mal auf. Gib mir etwas, in dem ich mich verstecken kann, damit ich fliehen kann. Was? Ja, ähm. Lass dich mal transportieren, so nach draußen. Oh, glaub mir. Was da rein? Oh, tatsächlich. Er macht das. Das will ich sehen. Oh Mist, jetzt bin ich hier mit drin. Hä? Warum ist eigentlich der Wikinger hier? Und warum hat er keine Aufgabe für uns? Ach seht mal, das ist nur nochmal aufgegangen, weil wir drin waren. Willst du jetzt was? Nö. Ach ja, ich will mich ja nicht nur in eure Streitigkeiten einmischen. Oh, seht mal. Oh. Mit diesem Krähen, das fehlt etwas. Gib mir etwas, damit ich ein ordentliches Nest bauen kann. Oh. Ich möchte aber viele Zweige. Oh. Ja, flieg lieber weg. Was hast du denn da jetzt erschaffen? Ein Drache. Schlüpf mal. Lassen wir es schlüpfen? Mit dem Wärmetauscher? Doch, braucht Wärme. Glaubt mir. Ich will, dass es schlüpft. Moin, unser Part ist vorbei. Oh, voll. Oh, voll. Nein, geht nicht. Sch. Was? Schlüpf-rick. Ah. Nein! Oh! 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 Ohoh. Ohohohohohohoh. Die Garze macht's kaputt. Es tut mir so leid. Da. Oh Gott. Oh Gott, nein, der Part ist hier vorbei. Und die restlichen Leuchtchen hier kümmern wir uns nächstes Mal. Schade, ich hätte gerne, dass das Eischlüpft war. Egal. Leute, hinterlasst doch Kommis und Bewertungen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.